Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir werfen heute wieder einen Blick zurück in meine Bücherwoche. Und es war, so finde ich, doch eigentlich eine relativ gute Bücherwoche mit so einem Ausreiser, mit einem abgebrochenen Hörbuch. Aber gut, das passiert immer mal wieder. Obwohl das Buch tatsächlich gar nicht so schlecht war, war es einfach nichts für mich. Das muss ich ganz klar so sagen. Ja, wie ihr seht, so ein bisschen Weihnachtsdeko ist bei mir schon eingezogen. Es ist ja jetzt im Grunde vor dem ersten Advent und ich habe mich hier schon in meinen Dekorationskünsten versucht. Ich bin noch nicht ganz fertig zum jetzigen Zeitpunkt, aber ja, vielleicht folgen da ein paar Bilder auf Instagram oder sind vielleicht zum ersten, nein, der erste Advent ist ja jetzt noch davor, naja. Es ist ja der erste Adventsamstag sozusagen. Hätte ich dann jetzt schon Rentierhauben aufsetzen können, müssen sollen? Nein, ich glaube, das will keiner sehen. Ja, zudem habe ich eine Serie angeguckt. Sinner, ich habe das letzte Woche schon erzählt, dass ich die zweite Staffel angefangen habe und ich war im Grunde zweimal, einmal in dieser Bücherwoche und dann im Grunde schon in der nächsten Bücherwoche, ja, weil ich ja mal den Cut im Grunde Freitag mache und von Samstag bis Freitag, ist ja immer die nächste Bücherwoche, war ich sogar nochmal im Kino und es gab da ja auch schon ein Video von mir dazu. Aber dazu werde ich später auf jeden Fall noch ein bisschen was sagen. Ja, das ist, glaube ich, so die Woche. Ja, das neue Album von Max Giesinger ist da. Ja, finde ich auch geil. Ja, aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach mit den Büchern an. Ja, vier Bücher sind es diese Woche geworden. Ich habe die Woche begonnen mit 50 Euro um die Welt von Christopher Schacht. Ein Buch, das ich von einer Freundin ausgeliehen hatte, ihr das jetzt aber schon wieder zurückgegeben habe. Dementsprechend blende ich euch jetzt nur das Cover ein. Dann habe ich von Michelle Schrenk das neue Buch irgendwann vielleicht für immer gelesen. Und ja, nach wie vor Michelle Schrenk kann in meinen Augen einfach ganz wunderbar schreiben. Das abgebrochene Hörbuch ist Becoming, meine Geschichte von Michelle Obama. Und da werden jetzt einige sagen, hä, wieso hast du das abgebrochen? Ja, das bedarf auf jeden Fall Erklärungsbedarf, beziehungsweise auch Redebedarf. Denn mich würde da dann natürlich auch eure Meinung, eure Gedanken dazu interessieren. Und das letzte Buch, was ich weggesuchtet habe in der Woche, ist Giants, die letzte Schlacht von Sylvain Neuwell. Der Abschluss der Trilogie um, ja, die Roboter, die wir im Grunde hier auf der Erde finden. Und ich war so gespannt, so gehypt. Und ja, wie der dritte Teil war, dann natürlich mehr. Ja, aber wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Buch der Woche. Wir machen das ja immer schön der Reihe nach, wie ich die Bücher im Grunde beende. Mit 50 Euro um die Welt von Christopher Schacht. Ein Buch, das ich ja eben von einer Freundin ausgeliehen bekommen habe, die doch sehr begeistert von diesem Buch war. Und wir hatten uns schon im Vorfeld ein bisschen über dieses Buch auch ausgetauscht, weil ich den Gedanken mit 50 Euro loszuziehen doch sehr spannend fand. Natürlich, Randale, natürlich hat er die Reise um die Welt, ich glaube, er war ja auch drei Jahre unterwegs, nicht nur mit den 50 Euro bestritten, sondern er hat sich natürlich unterwegs auch Geld verdient. Aber alles so zu Beginn. Ja, wir hatten uns darüber ausgetauscht. Und ich mag ja so Abenteuer, Reisegeschichten gerade im Moment super gerne. Ich liebe den Weltwach-Podcast, wo es ja um nichts anderes geht. Und habe jetzt wirklich sehr viel dazu gehört und gelesen. Und ja, die Einblendung deswegen, weil, wie gesagt, ich ihr das Buch auch direkt zurückgegeben habe. Ja, wir treffen hier auf Christopher. Der Autor hat im Grunde seine eigene Erfahrungen niedergeschrieben. Und er startet mit 19, kurz nach dem Abi, seine Weltreise. Er hat 50 Euro einstecken, will nicht fliegen. Und ja, macht sich im Grunde einmal in der Runde um die Welt. Und ja, er verdient sich eben unterwegs Geld. Egal, ob er auf Schiffen, Frachter, irgendwo angeheuert wird. Ob er unterwegs vor Ort dann eben arbeitet. Und ja, so verdient er sich im Grunde sein Leben. Hat aber, ja, einen Rucksack vollgepackt mit wichtigen Dingen. Auch ein Zelt mit dabei, dass er sich eben unabhängig davon macht, ob er gerade eine günstige Unterkunft findet. Und ja, wir begleiten ihn auf diese Reise, die eben nicht nur eine Reise eines Abenteurers ist, der die Welt entdeckt, sondern auch eines jungen Mannes, der eben erwachsen wird auf dieser Reise. Und ich finde, dass man dieses Beide so ein bisschen eigentlich getrennt voneinander sich angucken muss. Aber das natürlich auch ineinander verwoben ist. Und ja, Christopher Schacht hat das Buch sehr leicht geschrieben. Es ist wirklich, als würde er einem die Geschichte bei einem leckeren Abendessen erzählen. Er erzählt uns die einzelnen Stationen. Was für tolle Dinge ihm passieren, was er entdeckt, welche Völker er kennenlernt, ja, welche Menschen er vor Ort kennenlernt, welche Gastfreundschaft er auch bekommt. Aber es läuft natürlich nicht immer alles nur gut, sondern er hat natürlich auch ein bisschen negative Erfahrungen. Zum einen mit Ländern, wo sich während seiner Reise auf einmal die Einreisebedingungen ändern. Oder auch, wenn Leute ihn dann eben einfach als Ausnutzer beschimpfen und er sich fragt, warum. Also, wenn er eine Leistung erbracht hat und dann Leute sagen ja eigentlich, ja, lebst du hier auf Kosten anderer. Also, es läuft nicht alles rund. Und es läuft auch nicht alles so, wie er das im Grunde geplant hat. Und ich fand aber sehr interessant, wie viel Glück er im Grunde mitgebracht hat, mit hineingebracht hat und auch, ja, seinen guten Glauben so in die Menschen. Also, das war so ein bisschen, wo ich dachte, hm, ich weiß nicht, ob es ein Unterschied ist, ob man Mann oder eine Frau ist, wenn man allein unterwegs ist. Ich glaube nicht, dass ich mich so frei durch diese Länder bewegen könnte, ohne dass mir jetzt etwas Schlechtes in irgendeinem Urlaubsland zum Beispiel passiert wäre. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach neben einer Tankstelle mich in einem Schlafsack legen würde und schlafen würde. Also, ich weiß nicht, ob das so ein Geschlechterding ist. Ja, und er hat da so Vertrauen, wenn der Tankwart sagt, ich fasse da auf dich auf, gib mir deinen Koffer oder deinen Rucksack. Ich fand das auch manchmal sehr leichtsinnig. Das ist auch was, wo ich denke, oh, da sollte sich bitte jetzt nicht jeder ein Beispiel dran nehmen, weil er ist manchmal auch wirklich in Situationen gekommen, wo man dachte, Mensch, hättest du doch mal kurz vor einem Moment drüber nachgedacht, wäre dir das vielleicht nicht passiert und ich fand es wirklich mal mehr erschreckend und auch sehr gefährlich und auch, was hätte aus diesen Situationen werden können. Aber ja, manchmal muss man dann eben auch einfach Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Leider fand ich ihn an mancher Stelle sehr stereotypisch beziehungsweise nutzt er viele Klischees und bedient sich daran und hat ja auch so manche Beispiele, da gibt es so ein Beispiel mit Hochhäusern und die vergleicht er so mit den Deutschen und ihren, besonders den Männern und ihren großen Autos und wo ich so denke, ha, ja, also das sind so Vergleiche, die ich persönlich nicht ganz so schön finde. Allerdings besonders fand ich eben einfach, ja, wie offen er auf die Welt zugegangen ist und wie offen diese Welt ihm im Grunde zurückgestrahlt hat und auch welche Veränderung Christopher in diesen drei Jahren mitgemacht hat. Das fand ich beeindruckend, faszinierend und man merkt es auch im Arzt seines Schreibens, das, was bei ihm passiert ist. Und ja, ich glaube, man entnimmt den Klappentext, dass er sich auch der Bibel widmet, er diese liest. Ich glaube, es ist auch eines der wenigen Bücher, die überhaupt dabei hat. Man muss aber keine Angst haben, dass man jetzt hier irgendwie bekehrt wird oder er es sehr christlich angeht, das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern er zieht manchmal einfach so ein bisschen Kraft raus, was ich durchaus mir vorstellen kann, weil Glaube versetzt eben sehr oft auch Berge. Und das fand ich tatsächlich sehr gut, dass das nicht so vordergründig war. Ich fand die Gedanken ganz nachvollziehbar und auch in Ordnung und kann verstehen, dass man diese Gedanken hat. Also ich bin ja nicht grundsätzlich komplett anti irgendeiner Religion, sondern ich kann verstehen, dass Menschen ihren Glauben und ihren Sinn eben darin sehen und fand das dementsprechend auch gar nicht verkehrt und auch sehr menschlich, wie er das rübergebracht hat. Also ich fand einfach diese Veränderungen, die er durchlaufen hat, das hat er super gemacht. Es war sehr lesenswert, es war flüssig, leicht, man war immer up to date, wo man irgendwie ist, wann man irgendwie ist. Natürlich auch so das Heimweh, die Familie und auch einfach, ja, was halt anders ist, was man dann irgendwie anders zu schätzen weiß. Und ja, spätestens am Ende hat er mich komplett gecatcht. Und ja, war ein gutes Buch, hat mir sehr gut gefallen und kann ich wirklich nur allen empfehlen, die mit 50 Euro einfach mal durch die Welt wollen. Und gepickt natürlich auch mit ein paar Bildern. Ich glaube, dass das definitiv der Vorteil vom echten Buch in dem Fall ist, dass man eben die Bilder wunderschön greifbar hat, sehen kann, farbig sich auch ein Bild davon machen kann. Und ja, deswegen war ich da auch ganz dankbar, dass ich das Buch in echter Form sozusagen lesen konnte. Ja, das nächste Buch ist dann das neue Buch von Michelle Schrenk. Irgendwann vielleicht für immer. Ich liebe ja schon zwei, drei Jahre die Bücher von der lieben Michelle, wenn nicht gar länger. Immer wieder ist sie hier auf meinem Kanal sozusagen vertreten und ich bin einfach ein Fan ihrer Liebes- und Lebensgeschichten. Und man kann in ihre Geschichten immer wieder so wunderbar reinfallen und das hat man auch bei diesem Buch. Ja, wir treffen auf die junge Autorin Elena, die zur Beerdigung eines ihrer besten Freundes fährt und die merkt, oh, das Leben kann manchmal viel schneller zu Ende sein, als man es denkt. Und was man eigentlich noch alles tun wollte, bevor man dann eben eigentlich, ja, gar nichts mehr tut. Und wie schwer es eigentlich für jemanden ist, das zu greifen, wenn man seinen besten Freund verliert. Direkt im Anschluss reist sie zu ihrer Freundin in die Schweiz. Wenn es nicht Österreich war, jetzt habe ich schon wieder verdrängt. Ich wollte mir den Merker noch machen, habe es jetzt aber schon wieder vergessen und auch leider nicht aufgeschrieben. Und ja, dort bleibt sie ein paar Tage und möchte eigentlich auch einfach mal wieder zu sich kommen, Inspiration für ihre Geschichte suchen und eigentlich wieder, ja, versuchen an das Gute im Menschen und im Leben zu glauben. Ja, abends in der Disco trifft sie auf Jannis und beide merken, irgendwas verbindet sie. Sie haben irgendwie so einen Funken beieinander ausgelöst und sie sind irgendwie auf der gleichen Suche. Wissen zwar nicht, wonach, aber sie gehören irgendwie, ja, passt das gerade. Und sie haben 72 Stunden füreinander, denn so lange bleibt Elena dort und ja, die nutzen beide aus. Und beide stellen sich in dieser Zeit eben auch ganz wichtige Fragen, was man im Leben will, ob das schon alles war, was da noch kommt, wie man sein Leben bewusster lebt und auch, ja, wie man sich eine Partnerschaft vorstellt, was der Partner eigentlich leisten soll, was man selbst zu geben bereit ist. Und ja, beide merken eben recht schnell, dass da doch irgendwie mehr sein muss. Aber, ja, Elena ist eben nicht sehr lange da und hat dann auch noch so ein anderes Päckchen sozusagen zu tragen, was Jannis gar nicht so gut findet. Und ja, wie das ausgeht, das müsst ihr im Grunde selbst lesen. Ja, es war eine viel zu kurze Geschichte. Das muss ich ganz vorne direkt anstellen, denn ich hätte locker noch 100 Seiten mehr gelesen. Ich finde immer, dass Michelle gerade gegen Ende unglaublich schnell zur Sache kommt und nicht mehr der Gemisch da fehlen, aber noch 50 Seiten ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber das war einfach, ich hätte da mir viel mehr Seiten gewünscht. Das muss ich einfach glück und klar sagen, weil es ging so schnell, es war so schnell auch wieder vorbei und ich dachte, ich habe doch gerade erst mit dem Lesen angefangen. Ja, aber es ist eine wunderbare Lebensgeschichte. Es ist eine wunderbare Liebesgeschichte zum Leben, was man will, was man erwartet, was man überhaupt bereit ist zu geben, was man auch eigentlich erhalten möchte, wie man das Leben lebenswert macht, was das für jeden Einzelnen bedeutet. Und das bringt Michelle Schrenk unglaublich toll raus. Auch gerade mit Elena, die ich zwar manchmal schon sehr gut nachvollziehen konnte, aber ich manchmal auch dachte, ach Mädel, jetzt reiß dich mal zusammen. Gehört zum Leben einfach dazu. Ich sage auch ganz oft zu lieben Freundinnen, jetzt reiß dich mal zusammen und gleichzeitig bekomme ich auch diesen Satz natürlich gesagt. So ist das Leben und das macht die Geschichten von Michelle Schrenk immer so besonders, dass man das Gefühl hat, man sitzt hier mit einer Freundin zusammen und man erlebt das gemeinsam, als wäre das so aus dem Leben herausgegriffen, als wäre das eine Woche im Freundeskreis und man hört sich das irgendwie an, man erlebt es mit und das, finde ich, schreibt auch Michelle Schrenk einfach ganz, ganz toll. Also sehr lebendig, sehr echt, sehr feinfühlig, tolle Dialoge, tolle Charaktere, Fragen, die wir uns alle früher oder später mal im Leben stellen werden, vermute ich einfach mal. Und einfach auch mit Charakteren, die ja noch gar nicht so alt sind. Also sie stehen nicht kurz vor der Rente oder kurz vor dem 90. Geburtstag, sondern noch junge Menschen, die, auch wie ich, sich immer mal wieder fragen, was kommt denn noch? War es das schon? Und selbst gerade, wenn man im Familienbekanntenkreis doch vielleicht schon die ein oder andere schwere Krankheit miterlebt hat, die einen da so das zweifeln lässt und eigentlich dieses, man möchte das Leben so voll auskosten und merkt aber manchmal, nein, irgendwie lebe ich auch nur so vor mich hin. Diese Momente haben wir ja alle und wie können wir da irgendwas verändern? Was müssen wir auch in uns tun, damit sich das tut? Und das, finde ich, hat sie ganz, ganz toll gemacht. Also ich war sehr, sehr angetan von der Geschichte. Man muss natürlich Liebesgeschichten mögen, sonst könnte es einen auch an mancher Stelle zu kitschig und too much sein. Ich fand es gerade perfekt. Ich bin ja auch nicht der extrem kitschige Leser, aber ich fand das wirklich eine ganz, ganz tolle Mischung. Das Ende ging mir viel zu schnell. Das muss ich klar auch als Kritikpunkt anbringen. Es hat eine wunderbare Vorerzählzeit. Dann kommt eine Wendung und ab der ging es rasend schnell. Und ich konnte gefühlstechnisch gar nicht mehr folgen, was in Elena und auch in den anderen Charakteren vorging, weil alles so schnell passierte und ich dachte, Mensch, Michelle, ist dir da das Papier ausgegangen? Also das ging mir rasend schnell. Und das ist auch wirklich so mein kleiner Kritikpunkt an der Geschichte, dass ich es am Ende einfach viel zu schnell fand, viel zu oberflächlich abgearbeitet. Und wie gesagt, ich finde auch einfach, dass da 50 Seiten locker gefehlt hätten, die mir gerade den Konflikt, den Elena mit Jannis dann irgendwie hat und die Lösung dazu, dass das irgendwie noch ein bisschen besser beleuchtet wird. Und das fand ich persönlich sehr schade, weil ich mich so reinfallen lassen konnte und das so genossen habe und ja, dann eben einfach das Problem hatte, dass es viel zu schnell vorbei war. Aber nichtsdestotrotz eine wunderbare Liebes-Lebens-Geschichte, die mich sehr gut unterhalten hat, die mir Spaß gemacht hat und ja, die einen eben auch ein bisschen zum Nachdenken sozusagen auch anregt. Und das soll ja ein Buch theoretisch auch. Ja, jetzt kommen wir zum Hörbuch, das ich abgebrochen habe, Becoming, meine Geschichte von Michelle Obama. Gelesen ist das Hörbuch von Katrin Fröhlich, die unter anderem auch mal die Synchronstimme von Kate Winslet war und ich glaube, es von Gwyneth Paltrow auch immer noch ist. Zum Teil eben nur Kate Winslet, weil das nicht in allen Filmen der Fall ist. Irgendwann hat die ja auch ihre Synchronstimme gewechselt. Ich habe das Hörbuch nach circa einem Viertel, was in etwa so um die 150 Seiten entspricht, habe ich abgebrochen. Jetzt wird man sich fragen, warum? Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Eigentlich habe ich mir die Frage gestellt, warum hörst du dir diese Geschichte eigentlich an? Ja, Michelle Obama ihres Zeichens war sie die letzte First Lady. Sie war die, oder sie ist die Ehefrau von Barack Obama, der ehemalige US-Präsident, der acht Jahre im Grunde regiert hat, bevor jetzt Trump an der Macht ist in Amerika. Und sie war auch die erste schwarze First Lady, wie eben ihr Mann auch der erste schwarze Präsident in den USA war. Zudem sind ja beide sehr jung, auch ins Weiße Haus gezogen, mit auch noch sehr jungen Kindern. Und Michelle Obama ist eine sehr inspirierende Frau. So finde ich das zumindest immer, wenn man Interviews mit ihr liest, Dokumentationen sieht, Berichte von ihr liest. Ich empfinde diese Frau als sehr inspirierend, als eine Frau, die sehr am Boden geblieben ist, trotz dessen, was sie ja eigentlich im Leben erreicht hat und auch was ihr Mann erreicht hat. Ich meine, dafür kann sie jetzt ja nur so bedingt etwas. Man muss ja dem Mann auch ein bisschen was zusprechen. Und auch wie sie das alles so gemeistert hat. Ich finde, dass diese Frau wirklich schon eine Persönlichkeit ist, der man gerne zuhört, der man gerne auch folgt und auch so Gedanken einfach mitnimmt. Und das war auch der Grund, weswegen ich mir das Hörbuch im Grunde zugelegt habe, weil ich dachte, ich habe noch keine klassische Biografie von ihr gelesen, nur von ihm fände ich vielleicht sehr interessant, das mal von ihrer Sicht zu sehen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, war habe ich mir sehr schwer getan mit der Art, wie Michelle Obama uns ihr Leben präsentiert. Denn es war doch ein bisschen eingebildet, ist jetzt so ein gemeines Wort, aber es wirkte tatsächlich leider sehr auf mich so. Es war sehr langweilig, man hatte viele Infos schon, sie hat sie sehr ausschweifend erzählt, sie hat sich auch sehr oft wiederholt und sie hat auch unglaublich viele Infos gegeben, wo ich dachte, die brauche ich aber gar nicht, um dich zu verstehen. Zudem hat sie eben auch sehr überzogen über sich selbst geredet und sie war immer die Intelligenteste, die Beste, sie war meistens die erste Frau irgendwo, sie war irgendwo auch immer die einzige Schwarze, sie war auch manchmal die einzige Schwarze Frau und das wurde gefühlt ständig wiederholt. Und ja, natürlich ist sie das und ja, das ist auch wichtig, dass es eben irgendwo mal zuerst eine Frau gab, die das gemacht hat. Auch wichtig, dass es eine Schwarze Frau ist und überhaupt, dass sie halt auch eine Schwarze Person ist. Das ist wichtig und das muss auch betont werden, aber doch bitte nicht in jedem fünften Satz über alles, was sie mal getan hat. Sie lernte Klavier spielen, ja, sie war das erste schwarze Mädchen gefühlt. Sie spielte auf der Straße, ja, sie war das erste Mädchen, das das machte. Sie war auf dem College, ja, da war sie auch die erste schwarze Frau. Und ich dachte mir so, ja, ich habe es jetzt schon verstanden. Also ja, ich kann verstehen, dass diese Message wichtig ist, dass diese Nachricht uns überzeugen soll und auch zeigen soll, dass eben früher alles anders war und was sie auch geleistet hat, eben als erste schwarze Frau zum Beispiel einfach die First Lady von Amerika zu sein. Ich will ihr das gar nicht abstreiten, aber ja, ich fand es irgendwann sehr anstrengend. Also ich fand es, wo ich dachte, jetzt wird sie das gleich wieder sagen. Und schwupps war der Satz wieder da. Und dann zehn Minuten weiter, ach ja, jetzt wird wieder der Vergleich kommen. Richtig, er war da. Ich fand das, ja. Und zudem hat sie sich auch kaum Ecken und Kanten gegeben, wo ich dachte, wo ist denn hier der Esprit? Wo ist die Leidenschaft? Wo ist das Authentische dieser Frau, dass ich sonst in Interviews und Berichten, Dokumentationen von ihr gesehen habe? Wo ist die Frau, die eben auch einfach mal auf den Tisch haut und einfach mal ihrem Mann auch die Meinung sagt, was wir wissen, dass sie das getan hat? Spätestens, wenn wir seine Biografie gelesen haben, wo ist diese Frau? Vielleicht kam die auch in den anderen drei Viertel der Geschichte. Das kann durchaus sein, dass sie in meinem Abschnitt noch zu jung war. Aber ich fand es irgendwann sehr langweilig. Ich fand es sehr monoton. Ich fand es überhaupt nicht inspirierend. Und ich fand es überhaupt nicht irgendwie spannend. Und ich dachte mir irgendwann, ach eigentlich, ob du die jetzt wahrscheinlich liest oder hörst oder nicht, ist wahrscheinlich egal. Und das war dann der Grund, weswegen ich es abgebrochen habe. Also die konnte mich nicht irgendwie triggern, nicht irgendwie an sich ranziehen, nicht an sich ranlassen. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Weil die Nachricht von einer schwarzen First Lady der USA, ich finde, die ist wichtig und die muss eigentlich die Welt hören oder lesen, aber nicht so überzogen, nicht so glatt und nicht so oberflächlich. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Meins war es leider nicht. Und ja, über schlechte Bücher. Es ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht hatte es noch nicht die richtige Zeit für mich. Und das letzte Buch der Woche war dann wieder ein absolutes Highlight. Und zwar ist es der dritte Teil aus der Giants-Reihe Die letzte Schlacht von Sylvain Neuwell. Es ist der Abschluss einer Trilogie. Es ist der dritte Teil, der im August 2016 begann. Und wir haben gefühlt jetzt wirklich jedes Jahr auf einen Band gewartet. Und es hat sich absolut gelohnt. Es ist eine grandjose Science-Fiction-Reihe. Es ist Spannung, packend, innovativ. Allein der Schreibstil ist sehr besonders. Und ich habe mich mega auf den dritten gefreut. Ich war total gehypt. Ich konnte es gar nicht erwarten, ihn dann endlich sozusagen in Händen zu halten auf meinem E-Book-Reader und endlich den Abschluss zu lesen. Es ist unglaublich schwierig, jetzt natürlich was zu einem dritten Teil zu erzählen. Aber die Geschichte grundsätzlich geht eben um Rose, die als kleines, junges Mädchen beim Spielen eine unglaublich große Metallhand findet. Und mit diesem Fund weiß sie, dass sie später irgendwas Wissenschaftliches tun muss. Und 17 Jahre später ist sie dann tatsächlich eine hoch angesehene Physikerin, die sich immer noch mit dieser Hand beschäftigt, mit ihrem Fund von damals. Und zusammen mit einem Experten-Team aus Wissenschaft und auch des Militärs findet sie nach und nach heraus, dass diese Hand eben zu einem großen Roboter gehört. Und wer diesen Roboter, diese große Hand, diesen großen Körper auf der Erde zurückgelassen hat, das ist so die große Frage, die sich innerhalb der Bände dann auch irgendwie löst und aber wieder neue Fragen aufgibt. Und das klingt jetzt erstmal sehr banal, das muss man ganz klar sagen, aber ich fand es überhaupt nicht banal. Ich fand es einfach großartig. Ich mochte die Idee mit dieser großen Hand, mit diesen Robotern, die irgendwo herkommen und wir uns die Frage stellen müssen, woher und warum sind die hier? Was ist denen ihre Funktion? Und all die Dinge, die wir herausfinden und dann wieder Fragen sich aufmachen, Dinge sich auftun und immer wieder irgendwie ein neues Rätsel dazu kommt und man einfach nicht gleich greifen kann, was steckt eigentlich dahinter? Zudem schreibt Sylvain Neuvel in einem grandiosen Stil, denn er erzählt uns nicht einfach eine Geschichte in einer Romanart. Nein, die Geschichte wird im Grunde durch Berichte und Einträge und Dialoge im Grunde erzählt, was ich großartig fand. Gerade im ersten Teil hatte man einen unbekannten Interviewer, der uns diese Interviews im Grunde zeigt. Wir wissen weder wer der Interviewer ist, noch was seine Fragen, warum er das tut, was dahinter steckt. Das erfahren wir irgendwie, irgendwann und das ist einfach großartig. Also diese Berichte, diese Tagebuch-Berichteinträge, die wir lesen, das ist einfach Hammer. Es entwickelt sich dadurch eine Geschichte, die durch so viele Augen und Ohren erzählt wird, was mega spannend ist, packend ist, innovativ und einfach mal was ganz anderes. Zudem haben wir Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein können und trotzdem eine Leidenschaft haben, nämlich die Wissenschaft, die Physik und dieses Interesse an dieser großen Hand. Und die Charaktere sind einfach einmalig gut. Sie sind impulsiv, sie sind stark, sie sind voller Emotionen, voller Leidenschaft und trotzdem bleiben sie immer Wissenschaftler. Und das spürt man ihnen einfach großartig an, dass sie einfach auch nicht aus sich selbst so heraus können und trotzdem diese verschiedenen Emotionen in sich haben. Aber ja, sie sind trotzdem Wissenschaftler und bleiben irgendwo ja immer ein bisschen distanziert, aber eben nicht immer. Und das ist einfach großartig. Und das dritte Buch erzählt uns zehn Jahre nach dem zweiten Buch ein bisschen was von der Geschichte, was passiert ist, wie es weitergegangen ist. Und das war einfach der Hammer. Also ich bin von dieser Reihe, ich kann jetzt den dritten alleinstehend ja gar nicht so selbst beurteilen, sondern ich kann im Grunde ja nur etwas zur kompletten Reihe jetzt in diesem Video sagen. Und die fand ich einfach geil. Also ich weiß, dieses Wort mögen ja einige nicht. Ich empfand das einfach so. Sie war genial, sie war grandios, sie war großartig. Lauter Wörter mit G, ob das irgendeinen Zusammenhang hat. Ich fand sie einfach bombastisch gut. Und ich bin total fasziniert von dieser Idee, von dieser Art des Erzählens, die uns Sylvain Neuwell gebracht hat. Und ich bin da ein absoluter Science-Fiction-Freak. Also ich lese ja nicht durchgängig Science-Fiction. Ich glaube, das wäre mir tatsächlich auch ein bisschen zu anstrengend. Aber immer mal wieder finde ich das wirklich großartig. Und auch in diesem Fall. Es ist eine bombastische Idee. Es ist eine große Idee. Es wartet da eine große Explosion auf uns, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir müssen einfach nur rangehen und sie lesen und sie genießen und sie auf uns wirken lassen. Und dabei stellt man sich dann auch noch so viele Fragen zum Wer sind wir? Was macht uns aus? Wohin gehen wir? Woher kommen wir? Und das alles wegen einer sehr, sehr großen, mitteilenden Hand auf der Welt. Ja, einfach großartig. Es war wirklich ein gelungener Abschluss, den ich wirklich weg gelesen habe, wie sonst was im Grunde inhaliert habe, den ich wirklich, ja, die ganze Reihe feiere ich abgöttisch. Und es muss definitiv einer der drei Teile, ich vermute mal der erste, auch noch als Buch bei mir einziehen. Einfach stellvertretend für diese grandiose Reihe, die wirklich, ja, zu einem Jahreshighlight auf jeden Fall gehört. Und der Abschluss ist wirklich bombastisch. Also absolute Empfehlung. Jeder, der Science Fiction mag, der mal was ganz Innovatives, Neuartiges lesen möchte, nicht nur in der Geschichte, sondern natürlich auch im Stil. Der ist hier bei Giants absolut richtig. Und ja, jetzt sind auch alle Teile da. Jetzt könnt ihr das sozusagen auch in einem Weg lesen. Und das mögen ja viele besonders gerne. Ja, nach den Büchern, die doch mit einer Ausnahme sehr, sehr gut und gelungen waren, habe ich auch ein bisschen Serie geguckt. Und zwar The Sinner. Die zweite Staffel ist auf Netflix online gegangen. Die erste Staffel hat uns ja letztes Jahr gefühlt alle geflasht. Wir waren alle begeistert von dieser Thriller-Idee, die ursprünglich von Petra Hammesfahr kam. Und auch Jessica Biel hat ja absolut überzeugt. Die zweite Staffel bezieht sich nun nicht mehr auf ein Buch, auf eine Geschichte, sondern wird in ähnlicher Art im Grunde wieder einen, wirft in ähnlicher Art einen Fall auf, der einfach ähnlich ist, aber doch wieder ganz anders. Wir treffen wieder, nein, wir fangen anders an. Wir treffen auf einen Jungen, ich weiß gar nicht, wie alt wird Julian sein, 10, 11, 12, der mit seinen Eltern, ja, zu den Niagara-Fällen fährt. Wir erfahren gar nicht allzu viele ihn oder seine Eltern. Ja, die haben dann jetzt eine Autopane, müssen in einem Hotel übernachten und ja, dort tötet Julian seine Eltern. Und die Frage stellt sich jetzt, warum und wie und was ist da passiert, dass er das getan hat? Und es ruft Harry Ambrose auf, ja, unter dem Polizisten Harry Ambrose auf den Pfad, nein, auf den, ihr wisst, was ich meine, auf den, mir fehlt das Wort, der auch im ersten Teil, im Grunde, in der ersten Staffel schon der Polizist war und den Fall um Chessie Kabil sozusagen gelöst hat. Und ja, er geht jetzt der Sache nach und dort trifft er auf sehr viele Fragen, Hippie-Gruppierungen, ja, und muss ich die Frage stellen, warum tötete dieses Kind? Was hat das dazu gebracht? Und wenn ein Kind tötet, dann ist das meistens nicht das Kind selbst. Das finde ich faszinierend. Das war ein sehr geiler Satz, direkt, glaube ich, in der ersten Folge. Und es ist eine Drama-Thriller-Serie, ich glaube, mit acht Folgen, die sehr spannend erzählt ist. Sie ist sehr düster, sie ist sehr dunkel, sie geht sehr unter die Haut, wie ich fand. Und ich fand auch die Schauspieler großartig. Ich liebe Bill Pullman, Bill Pullman, 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 ja, als Harry Ambrose, der mich sehr an Robin Williams aus Good Will Hunting erinnert. Diese gleiche Mimik und wie der Mund verzogen wird, faszinierend, wie ähnlich das ist. Ich mochte Vera, eine Neben- mit Hauptcharakterin, die von Gary Coon gespielt wird, wirklich großartig. Die Frau kannte ich auch irgendwoher, ich kam noch nicht drauf, wozu, woher. Und ich fand Julian, den Jungen, gespielt von Alicia Henning, fand ich auch Hammer. Also was die an Mimik und Intensität in Spielen gelegt haben, fand ich großartig. Leider muss ich aber sagen, dass mich die zweite Staffel nicht mehr ganz so gefesselt hat wie die erste, dass ich gerade vom Ende doch so ein bisschen enttäuscht war und mich so fragte, bei all diesen Wirrungen und Irrungen, weiß ich nicht. Ich war nicht immer ganz glücklich mit den Entscheidungen, die getroffen wurden und die Wege, die gegangen wurden. Nichtsdestotrotz ist das eine wirklich ganz, ganz tolle Serie, auch die zweite Staffel beeindruckt. Einfach durch Story, durch Spannung, durch Drama, durch Wendungen und ja, hat mir Spaß gemacht. Aber im Vergleich war die erste Staffel vielleicht, weil sie auch einfach überraschender war. Man hat ja in der zweiten Staffel schon irgendwie gewusst, in welche Richtung diese erzählte Geschichte gehen kann. Also so den Grundtenor kannte man ja schon und das hatte man natürlich im ersten Teil nicht, da war man überrascht. Aber ich fand es gut, es war auf jeden Fall sehenswert und jeder der Thriller, Drama, Düsternis mag und auch nicht davor abschreckt, dass da ein Kind im Grunde jemanden umbringt, was ich schon ganz schön heavy fand. Ja, der sollte da einfach mal auf Netflix schalten und sich das einfach mal anschauen. Dann war ich auch zweimal in Fantastische Tierwesen, zwei Grindelwalds Verbrechen und auch beim zweiten Mal war ich total geflasht, begeistert und gehypt. Und ich habe tausend Fragen und ich will mindestens auf 999 eine Antwort, wahrscheinlich werde ich auf die eine erst ziemlich spät eine Antwort bekommen. Ich habe dazu auch ein extra Video gemacht und wollte da einfach meine Gedanken frei herauslassen. Ich habe das Video ja direkt Mittwochfrüh auch gedreht, nachdem ich Dienstagabend im Kino war. Es waren also sehr frische Eindrücke, die sich auch beim zweiten Mal überhaupt nicht verändert haben. Es ist eine Wahnsinnsreihe, es ist Hammer, was da an Ideen gesponnen wurde, wo Storys beginnen, die dann irgendwann im fünften Teil wahrscheinlich aufgelöst werden. Ich fand es einfach großartig und ich habe es in meinem Video ja ein bisschen verglichen mit einer Serie, dass ich sage, fünf Filme, zwei Stunden sind vielleicht auch zehn Folgen einer Staffel und ich weiß, das wurde mir dann darunter auch mitgeteilt, dass eben eine Serie anders funktioniert als ein Film. Das mag durchaus sein, aber ich finde einfach, man kann das einfach genießen und einfach aus diesem Blickwinkel mal gucken. Ich glaube, dann fällt einem manches leichter und angenehmer auf. Und ja, ich kann nach wie vor die schlechten Kritiken nicht verstehen. Ich habe drei, vier kritische Meinungen darüber gelesen. Manchen Ansatzpunkt kann ich nachvollziehen. Ich habe aber manchmal einfach den Eindruck, wie werden die Leute, dass das keine Potter-Nerds sind. Also denen dann halt auch viele Dinge gar nicht auffallen, die aber im Potter-Universum einfach Bestand haben. Und dann zu sagen, gefällt mir nicht, finde ich halt ein bisschen einfach gemacht. Also ja, ist so meine Meinung. Aber gut, ich werde mir auch keine großen Reviews dazu mehr angucken oder durchlesen. Ich habe da jetzt einfach meine Meinung. Und wie gesagt, ich kann manche Kritik verstehen, vielleicht, dass manches wirklich ein bisschen in die Länge gezogen wurde. Vielleicht war es für manche auch einfach zu viele Charaktere. Das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich habe da nichts gegen. Ich meine, hey, ich gucke Game of Thrones und lese das Lied von Eis und Feuer. Da gibt es hunderte von Charakteren, die wichtig sind. Was sind da 30 neue Charaktere in der Harry Potter-Welt? Also, man ist das ja gewohnt, wenn man solche High-Fantasy-Sachen im Grunde ja liest oder anschaut, dass da einfach viele Charaktere sind. Und das ist eigentlich auch ganz schön so. Und ja, wobei das zweite Mal Gucken fällt eigentlich in die andere Bücherwoche. Aber in diese Bücherwoche fällt noch das neue Album von Max Giesinger ist endlich da. Die Reise, ein Album, das mich sofort auch gepackt hat, das jetzt seitdem hoch und runter bei mir läuft. Es auch wirklich ein Lied gab, was mich direkt zum Heulen gebracht hat. Und ich dachte, oh Gott, wo kommt das jetzt? Und ich mag seine Texte. Ich mag die Stimme von Max Giesinger. Ich mochte sie schon bei The Voice. Da hat er ja nicht gewonnen. Ich mochte schon sein letztes Album unglaublich gerne. Das läuft auch nach wie vor in meinem Auto auf CD. Und ich fand jetzt auch das Neue. Ich finde das einfach toll. Ich mag, was er für Messages hat, was er rüberbringt, wie er singt, wie er Dinge betont und was ihm wichtig ist. Und das ist die Reise und dass wir eben alle auch hier sind und einfach großartig. Also hört da mal rein. Ist auch auf Spotify erhältlich. Da höre ich ja. Und ich denke aber, dass das auch eine CD wieder sein wird, die bei mir einziehen wird, weil das einfach auch was für mich Besonderes ist. Und besondere CDs müssen dann auch zu Hause liegen, obwohl ich ja tatsächlich glaube ich nur noch ein Abspielgerät hier habe. wie blöd. Aber ja, aber das lasse ich mir auf keinen Fall nehmen. Ja, ich glaube, das war es so im Groben auch. Wir haben ja noch den neuen Mousseau angefangen in der Woche. Den beende ich jetzt ja aber erst in dieser Bücherwoche. Ja, ich bin noch sehr wie gespalten, das kann ich dazu schon sagen. Habe aber noch zwei oder drei oder vier Lesevorabschnitte vor mir. Also bin sogar ein bisschen was über der Mitte und ja, sag da auf jeden Fall mehr in der nächsten Bücherwoche. Ansonsten, naja, haben wir morgen den ersten Advent. Ich werde, jetzt wenn ihr das Video wahrscheinlich anguckt, an dem Wochenende in Berlin sein, worauf ich mich sehr, sehr freue und auch einige Dinge vorhabe, die ihr dann bestimmt ein bisschen was in der nächsten Bücherwoche hört und seht oder auch auf Instagram und ja, Weihnachtsbeleuchtung machen wir jetzt gar zu Ende. Ich werde hier schon ganz andringlich beobachten. Ich glaube, da hat auch jemand jetzt Hunger. Also ich glaube, da hat jemand Hunger und sie läuft schon so von rechts nach links. Vorhin war sie hier, jetzt sitzt sie da, ne, meine Hübsche. Und ja, Weihnachtsbeleuchtung wird noch fertiggestellt. Auch die Außendeko muss noch ein bisschen ran und ein bisschen was Weihnachtsfeiertechnisches hat man ja auch noch zu tun. Ja, also ich glaube, das wird jetzt eine ganz schöne Woche und da gibt es dann auch einiges zu berichten. Aber das war es jetzt, glaube ich, Ich wünsche euch jetzt ein schönes erstes Adventswochenende. Ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen. Vergesst nicht, das erste Türchen heute, glaube ich, aufzumachen. Ist heute der erste? Ja. Und natürlich dann auch am ersten Advent eine Kerze anzuzünden, wenn ihr das möchtet. Und ja, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Was ihr so gelesen habt, was ihr gesehen habt, schreibt das gerne in die Kommentare, ob ihr fantastische Tierwesen gesehen habt, die zweite Staffel von The Sinner. Alles in die Kommentare, vielleicht auch irgendwie ein Highlight der letzten Tage, Wochen von euch. Würde ich mich auch sehr, sehr über den Austausch freuen. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug gequatscht. Alle Infos zu den Büchern natürlich auch unten in der Infobox. Und ja, ich habe nichts vergessen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.